Augenkrebs! Mew! Okay, weiter im Programm. Two Pussy Rangers wurde getaggt. Erstmal hab ich's ja gar nicht bemerkt. Nein, Mann, ich steh nicht auf dem Schlauch. Höh, ähm. Des Weiteren haben diese Nick eine Freundin und ich erstellt. Und irgendwie... hab ich mir schließlich gewitzt. Oh, ich bin so böse, tut mir leid. Jetzt wurde ich mit diesem Nick getaggt. Schweres Schicksal. Kommen wir zu meinen fünf Ja-Wahr-Scheiße. Ja, toll, das hab ich mir versprochen. Los, lachen! Also der Satz sollte eigentlich heißen... Kommen wir zu meinen fünf Wahrheiten. Ich hoffe, sie sind einigermaßen verträglich und... Amüsant! Liebe Bücher, ach, sie sind so toll! 300 Mankas besitze ich! Ich bekomme Lachanfälle, weil ich mich ertappt fühle. Und auch allgemein. Ich liebe shoppen. Mode! Und wenn du was dagegen hast, dann verpiss dich. Ich mag keinen Sport, ich kann keinen Sport. Auch wenn man mir das vielleicht nicht ansieht. Kommt los nicht auf die Idee, mit mir Sport zu treiben.